Hey Leute, Giochi hier wieder mal aus der Hochburg der deutschen Yu-Gi-Oh Community, aus dem Zentrum der Macht, dem Nexus der Energie, aus dem Platz, wo Markus gerade auf meiner Couch hier was guckt? Bleach! Sich die neue Bleach-Holga anguckt, weil wer gerade ausrastet? Ichigo rastet aus! Weil Ichigo gerade ausrastet, wir hier nach der YCS hier, Trade-Binder von mir, ich hab ein bisschen was getauscht, hat sich ein bisschen was getan, deswegen zeig ich euch das Ganze jetzt und sag euch direkt, was ich suche. Ich brauch im Moment zwei Dolkas, sprich, wenn ihr zwei Dolkas für mich habt, Angebote zu mir, ich will mir die auf jeden Fall von euch rantauschen, deswegen Leute, zwei Evosa Dolka bitte zu mir. So, erste Seite, wie immer, nix abzugeben und jetzt geht's erstmal los mit zwei Stardust Dragon Ghosts, I'm Secret, Bryonex, äh Bryonex sag ich schon, Gartastor, drei Wonder Magicians, Bryonex, Bureydos, Hundred Eyes in Ultra, Ultra Ultra und Secret D.I.D.S., Ultimate, komische Asengötter, DeLorean und Lifestream Dragon, Formulas, hab ich noch ein paar, irgendwie sechs Stück abgegeben auf der YCS, hab immer noch sieben. Majestic Red Dragons, Light End Dragon, Ultra Rare. So, Blade Armor Ninja, noch ein Lagian Ultra Rare, zwei Soldats, da noch ein nur zwölf. So, hier wieder die Style Seite. So, jetzt geht's los. Ball, Gargaga Mädchen, White Dragon Ninja, hätte ich auch gerne noch einen zweiten von, wer ihn hat, bitte zu mir damit. Ein Turbus, drei Hanzos, Frog und zwei in Super Rare, BLS Gold Rare, drei Snipe Super Rare, Mystic Piper, Evol-Teil, Nayasho, Ultimate, Dekolchis, Tengu Super Rare, Black Gold Rare, so, Magician of Faith, noch ein Lost Blue Breaker, dann hier wieder ein bisschen Krams. So, hier Gladys, Dragons, wie ihr sehen könnt, und noch ein bisschen, äh, wie heißen hier nochmal, Infinity, Infinity, ist komische Geschichte. Würde ich schämen, so ein Deck zu spielen. Nein, weißt du, du hättest selber spielen können, aber du würdest dich schämen, mit so einem Deck Tops zu kommen, und wenn, würdest du gleich droppen. Weil, das wäre nur fair. So, dann, ähm, geht's hier weiter, ihr habt ja bestimmt alles gesehen. Hier ist Licht ein bisschen doof. Galaxy S, Photon Dragon, war da noch in Ghost Rare. Stratos Ultra. Noch ein bisschen Fable-Zeug. Ein Night Assane in Super Rare. Geht's hier weiter mit Morph-Tronix, Salvos, Infernities. Nur ein bisschen Light Sworn hier. Feng Huan. Jetzt haben wir noch so, den Krams. Mizuki Slifer aus dem GBI. Dann hier, Dimensionsriss in Secret, D-Draws. Pot 2, Super Rare Foolische. Ein Dual Terminal Foolisch, wie ihr seht. Natürlich zur Abgabe, One for One, Ultra Rare Proving Ground, Mark of the Rose. Tunings, zwei Stück, drei Future, Fortune, Future, wie heißt die auf Englisch, weiß ich nicht. Notfall Teleport, Ultimate, hätte ich auch noch gerne einen zweiten von. Oben Dealings, dann hier jetzt noch so ein bisschen Krams. So, dann hier bei den Traps. Drei Nunu-Zu-Arts. Miraculous Decent. XYZ Reborn. Technik in Ultra Rare. Warnings. Drei Gleifniers. Ein Saku Super Rare. Dann Phoenix Ringwind Blast. Safe Zone. Hier hinten. Divine Wrath. Und all so ein Krams. Hier unten den Krams. Ich sehe gerade, da ist eine Lücke. Moment, die muss ich mal eben füllen, bevor ich sie filme. So, da. Eine Lücke schnell gefüllt. Sicherheitskugel. Sehr mächtige Karte. So, super Ladung. Und der Krams hier. Das war es jetzt erstmal mit dem Bein da bei mir. Ihr habt gesehen, es hat sich ein bisschen was getan. Ich weiß nicht, ob da so viel für euch bei ist. Aber es ist bestimmt, jeder wird irgendwie fündig. Ähm, bitte, wenn ihr irgendwas habt für mich. Zwei Dolkers werden vor allem gesucht. Allerdings auch ein bis zwei Rabbids im Moment. Ähm, vor allem aber die Dolkers. Dann sagt mir bitte, die Angebote wie immer per PN. Nicht in die Comments bitte, weil in den Comments geht immer alles unter. Angebote bitte per PN. Und, äh, ja. Wenn ihr im Hintergrund das Bleach-Video gehört habt, dann, äh, habt ihr gut aufgepasst. Also, bitte. Und ansonsten fällt mir gerade ein. Wands sind natürlich geupdatet. Heißt, schaut in meinen Kanal, da findet ihr meine Wands. Das wird auch noch alles gesucht. Wenn ihr keinen Dolker habt. Ultimate Hanso. Was damit? Brauchen wir. Brauche ich. Du hast doch welche. Aber so zwei. Okay. Und ein Ultimate Hanso. Sucht der gute Markus auch noch. Sprich, wenn ihr noch einen Ultimate Hanso habt, ne. Aber auch in meine, in meine Channel-Beschreibung gucken. Da steht drin, was ich so haben möchte. Ähm, wenn ihr keine Dolkers, keinen Ultimate Hanso habt, trotzdem zu mir bitte. Und, ähm, ja. Und wir werden uns jetzt, man sieht's nicht, ein bisschen Sprite genehmigen. Bis bald.